So, da bin ich wieder. Wir haben alle Steine soweit eingesammelt. Komm, das Glas, das mach ich jetzt einfach hier weg. Das kann man ja nicht mehr angucken. So. Und zwar, das Holz müsste ich noch um eins nach oben setzen. Das mach ich aber dann. Jetzt geh ich erstmal wieder Stein einschmelzen mit Zelda-Musik im Hintergrund. Sieht auch irgendwie lustig aus, die schwebenden Steine. Äh, das schwebende Glas. So, dann gehen wir einmal hier rein. Holen wir uns ein bisschen Kohle. So. Und dann machen wir einmal hier, Moment, nehmen wir mal den Stapel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und einmal die Pflastersteine hier rein. Ach, hier haben wir noch drei von denen und 19 drinne. Das heißt, wir können die einfach mal locker schmelzen. Ja, und jetzt machen wir, was machen wir denn jetzt? Ähm. Hab ich hier irgendwo zu dringend Glas? Hier hab ich kein Glas drinnen. Okay, dann... Okay, dann... Aber hier hatte ich noch noch den Stone, oder? Ja. Stein. Dann kann ich euch mal zeigen, wie diese Steine aussehen. Wir haben jetzt 18. Eins, zwei, drei, vier. Für 16 Stück reicht das. Und dann zeige ich euch mal, wie diese Steinziegeln aussehen. Indem wir sie einfach mal gleich setzen. So sehen die aus. Und das sieht doch schon viel besser aus als... äh... der normale Cleanstone. So, das muss natürlich dann noch um eins höher, das Holz. Ähm. Naja, aber ich kann ja erst mal von der Seite hier noch. Und... Na, jetzt. Komm. So, zack. Eins, zwei. Jetzt sieht das Glas wenigstens nicht mal ganz so schwebend aus. Ich finde, das sieht wesentlich cooler aus. Hab ich vielleicht noch irgendwo Fleisch. Ach, hier hinten haben wir ja auch noch Kisten. Die müssen wir ja auch mal wieder richtig machen. Und da haben wir noch Steine. Und hier haben wir Kram. Und hier haben wir gar nichts. So. Einmal bitte richtig setzen. Und hier haben wir Werkzeug. Das machen wir auch einmal richtig. Zack. Alles noch drin. Ähm. Ich hab nichts zu essen da drin. Ach, scheiße. Dann. Müsste ich irgendwo da mal ein Schwein schlachten gehen. Undi! Aber jetzt geh ich erst mal pennen, weil es wird schon wieder dunkel. Und einmal gute Nacht. Määääh. Da oben ist ein Schwein! Das müssen wir uns dann... Alter, ich will jetzt pennen gehen. Es wird doch dunkel, oder etwa nicht? Hm. Ach, du sollst den hier doch nicht wegwerfen. So, jetzt aber. Schön, dass es jetzt funktioniert. Ein neuer Tag ist angebrochen. Und dann geht es weiter mit neuem Elan auf zu neuen Bauten. Und wie viel haben wir jetzt hier? 19, naja. Noch mal 20, so. Und hier haben wir auch gleich 20. Da warten wir noch mal schnell ab. Und dann baue ich mir erst mal wieder ein paar Steinziegeln. So. 40 Stück. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt damit kommen. Wahrscheinlich nicht sehr weit, aber wir haben hinten ja noch ein paar Cobblestones, die wir einschmelzen können. So, dann geht es einmal hier. Zack, zack. Zack, zack. Und dann bauen wir hier gleich mal weiter. Oder soll ich lieber... Oder soll ich das auf eine Höhe bringen? Ich bring's lieber auf eine Höhe. Ja, die kann ich wenigstens so abbauen, das freut mich ja. Das heißt, diese Reihe hier muss nochmal weg. Und diese Reihe hier muss nochmal weg. Dann mach ich's mir nämlich leichter, indem ich einfach... Halt, die Tür muss ja auch weg. Indem ich einfach... Schreie! So, seht ihr da? Das Fleisch können wir stacken. Ach, jetzt hab ich das Schwert wieder weggeworfen. Und wir brauchen Erde. Erde! So, einmal bitte die Erde. Wie das Sprinten jetzt funktioniert, hab ich noch nicht rausgefunden, muss ich ehrlich sagen. So, dann müssen wir einmal hier... Einmal vorne dran setzen. Und noch einen. So. Äh, jetzt hab ich noch ne Spitzhacke. Ah ja, ich hab noch ne Spitzhacke. Die Diamantenspitzhacke möchte ich nicht... Ähm... Ungern... Jetzt dafür verwenden. So, und jetzt hab ich ne Axt dabei. Hab ich dabei. Das ist ja schön. So, das heißt... Das Holz kommt einmal weg. Und das Holz kommt einmal weg. Und dann kommt jetzt... Einmal hier... Erde hin. Die muss ich drin natürlich auch auffüllen, aber ich mach das jetzt erstmal hier. Und wir sind out of Erde. Das heißt, ich geh mal drin an die Kiste. Um uns ein bisschen Erde zu holen hier. Ein bisschen Erde. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nehmen wir einfach mal alles fast... Machen wir einfach mal ins... Das Inventar komplett voll. Und dann müsste das schon reichen, würde ich mal sagen. Einmal zack, 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 zack. Und dann... Dann ist die Nase auch hier nicht so lang. So, und dann... Klopfen wir hier einfach mal alles voll mit Erde. Hä? Ja. Ja, über was soll ich denn jetzt mal groß erzählen? Ich weiß es grad gar nicht. Ich war ja heute im Waschsalon meine Wäsche waschen. Und... Ich weiß nicht, wer von euch geht denn eigentlich in den Waschsalon? Bei mir ist es ja... Ähm... Wohnungsbedingt. Weil... Ich kann bei mir irgendwie keine... Waschmaschine anschließen, weil das Wasser irgendwie nicht bis hoch gepumpt wird. Merke ich schon jedes Mal beim Geschirrspüler, dass da jedes Mal Wasser fehlt. Und dann läuft der mir immer extrem heiß. Und wenn ich dann Wasser reinschütte, dann verdampft er sofort. Ja, von euch ist dann noch so ein Waschsalongänger. Das wird mich ja mal interessieren. Und da sieht man ja immer so Leute... Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf jetzt hier. Die sieht man eigentlich... auch fast immer nur nachts solche Leute. Aber solche Leute sind meistens auch immer im Waschsalon. Und die kommen dann einfach da hin und dann lesen die die Zeitung, die da ausgelegt ist. Eigentlich für die Kunden, aber... Das scheint die wenig zu interessieren. Moment, ich tu jetzt erstmal die Erde wieder weg. Oder muss ich... Soll ich hier an der Seite auch? Das sieht sonst ein bisschen schäbig aus, oder? Aber ne, der Zaun... Ne, das sieht aus wie gewollt. Soll auch so aussehen. Und ich laufe hier gerade gegen den Zaun. Und ein Gartentor machen wir uns natürlich auch gleich noch. Aber ich will erstmal diese Hütte fertigstellen. So, dann tun wir mal die restliche Erde wieder rein. Nicht die Druckplatte, die Erde. So, die 42 behalte ich jetzt einfach mal. Jetzt laufe ich eigentlich die ganze Zeit mit der Kiste rum. Die Kobbelts. Kann ich da reinpacken. Und dann machen wir nochmal hier... Äh... Eins, zwei, drei. Ja. Dann kann ich mir hier... Ne, kann ich nicht. Wie weit ist er hier? Zwölf. Ja, ja. Okay. Moment, ich tu mal die Kiste in die Kiste. Um ein bisschen Platz zu schaffen. Und was will ich denn mit eins, zwei, mit drei Wood- oder Holz-Baum-Stämmen? Was will ich denn damit? So, einmal die Axt gezückt. Und die Treppen. Äh, die müssen wir natürlich auch abbauen. Ach so, Scheiß. Äh, jetzt hab ich mir schon... Aber die lassen sich irgendwie schneller aufbauen, glaube ich. Ich glaube, das wurde gefixt. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall müssen wir die abbauen. Die hier können ja bleiben, aber die hier vorne hier müssen weg. Und das hier muss auch weg. So. So. Bei einem schönen Klavierspiel, was ich nebenbei so spiele. Ich spiele ja hier einhändig Minecraft. Baue ich hier einfach mal die Dachziegeln ab. Aus Holz natürlich. Aus gutem, altem Holz. Halt, das kann ja bleiben. Das hier muss weg. Aua. So. Das kann auch bleiben. Ich muss eigentlich nur die vorderste Reihe hier weg... Das da muss weg. So. Ja, mach das halt so hier. So. Und zack. Und zack. Hab ich jetzt hier drin Holz verloren? Gib mir das Holz! So. Dann einmal hier fröhliches Dachziegeln wegschlagen. Und dann würde ich sagen, wenn wir das hier fertiggestellt haben... Ich weiß nicht, ob das noch... Ob ich das in der Aufnahme schaffe. Ich gebe mir jedenfalls größte Mühe. Ähm. Werden wir uns auf eine kleine Reise begeben. Sofern das... Euch... Ähm. Auch in eurem Sinne ist. Weil wir möchten ja nicht hier permanent immer nur an der gleichen Stelle rumhocken. Wir wollen doch mal ein bisschen was von der Welt sehen hier. Von unserer kleinen Let's Play Welt. So. Holz haben wir jetzt glaube ich wieder genug. Ähm. Jetzt habe ich natürlich hier die Erde. Die tue ich mal... Ach, was mach ich? Ich verrutsche da so ein bisschen mit der Steuerung. So. Aber ich muss ja sowieso wieder hoch. So. Und zwar brauche ich jetzt erstmal dieses Holz. Und jetzt müssten wir auf der richtigen Höhe sein. Und dann gehe ich mal in den Schleich Modus. Und dann baue ich mal hier an. In schwindelerregenden Höhen. Ja. Ich bin auf der richtigen Höhe. Das ist doch schon mal schön. Gut. Dann machen wir auch hier noch an. Und... Ja. Was habe ich erwähnt? Texture Packs finde ich ganz schön. Aber wahrscheinlich wird das noch eine Weile dauern bis die kommen. Sie ist ja eigentlich, die sollen wir beim nächsten Update kommen. Aber sind leider nicht gekommen. Darum müssen wir hier noch mit dem Default Texture Pack spielen. Und wahrscheinlich wird es... Ist es ein bisschen schwieriger Texture Packs für die Xbox zu... Ähm. Modifizieren sage ich jetzt einfach mal. Und es wird schon wieder dunkel. Alter Schwede. So. Und dann kommt jetzt hier noch... Komm ich da so ran? Ja. Holz hin. Und dann haben wir hier... Das ist ein Gebäude etwas höher gemacht. Na, bist du ein Guter? Ja, du bist ein Guter. Sitz! Ja, mach da fein. Und ich soll mir mal ein bisschen Fleisch braten. Hhhhh! LECKER FLEICH! LECKER FLEICH! Näh! Vielen Dank.